hey ho Leute das ist ein Video hätte ich nicht gedacht ich wollte einfach nur mit ganz normalem Paint nicht groß mit besseren Programmen einfach nur mit Paint das Paint ist schlecht aber einfach nur mit Paint zeigen na Paint mach eh ne Männchen so wie man denn einen geeigneten Kopf für einen Strichmännchen macht also ein Stickman falls man dadurch ein extra Animationsprogramm nehmen möchte und dann die Vorlage zeichnen möchte macht einfach nur einen möglichst runden Kreis ich kann das gerade mit meiner normalen Maus nicht so gut da ich mein Tablet gerade nicht hierhin geholt hab er sollte relativ groß sein gut erkennbar also und es ist halt schon möglichst synchrone Körperteile mhm 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 mhm